Schaut ihn euch an, da ist auf einmal wieder. Da waren noch so viele Nachrichten zu lesen. Ja, die FED, die ist mit ihren Aussagen zum Thema Tapering, mit dem Geld zurücknehmen sozusagen, ja negativ aufgefallen. Aber es sind die Daten heute, die dafür mit Sicherheit einen Beitrag geleistet haben. Wir haben deutlich weniger Initial Jobless Claims, also weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hier. Seht ihr, dass das auch unter den Erwartungen ist, ob das jetzt tatsächlich der hinreichende Auslöser ist. Aber wir wissen, vieles war mit der Frage eben verbunden und da manch einer wird eben da motiviert sein, darauf dann entsprechend zu reagieren. Ebenfalls haben wir noch die GDP-Daten, aber die will ich jetzt nicht im Einzelnen kommentieren, denn ich bin ja nicht wirklich bekannt dafür, dass ich ein Fundamentalist bin. Das heißt, auf fundamentale Daten so gucke. Aber man muss natürlich sagen, natürlich bewegen fundamentale Daten den Markt. Wie stark, wie weit, wohin, das sind alles Überlegungen, die im Chart ein bisschen abgeschätzt werden können. So. Da haben wir also schon mal eine mögliche Ursache für die heutige Bewegung, aber es geht mir gar nicht so sehr um die Ursachenforschung, denn das ist ja jetzt schon rum. Jetzt geht es für mich darum, wie sieht die Situation aktuell aus und was wird aus dieser aktuellen Geschichte. Denn das ist die Zeichnung, die wir zuletzt hatten und die habe ich bewusst jetzt hier mal gelassen, obwohl sie so natürlich jetzt spätestens nicht mehr gültig ist. Ihr seht, dass der Kurs jetzt hier ja nach oben rausgegangen ist. Ist das Ganze vorhersehbar gewesen? Naja, wer weiß, vorhersehbar ist immer ein starkes Wort. Entscheidend ist, führt sie notwendigerweise hier zu falschen Annahmen? Ja, das werden wir gleich dann sehen. Das müssen wir uns jetzt angucken. Nämlich die Frage hier beim Dow Jones. Nicht wundern, YM ist der Future auf den Dow Jones und damit ja ein wichtiges Instrument. Der Kurs hat also diese korrektive Abwärtsbewegung erstmal nach oben verlassen. Das hätte man triggern können, wenn man das meint, dass man das machen will. Nach der gleichen Methode, die wir normalerweise anwenden. Ganz kleine Trader gucken vielleicht hier drauf auf einen aggressiven Einstieg. Größere angesetzte Trader gucken vielleicht hier drauf auf diese Geschichte. Also da gibt es Möglichkeiten. Für mich ist das nicht eine optimale Situation. Das sage ich auch. Also ich will das gar nicht schönreden. Warum? Weil wir eben nicht so tief runtergegangen sind. Der Kurs muss nicht die 38er oder von mir aus ein bisschen die Oberseite da vielleicht drüber liegen. Das kann schon ausreichen für einen Rücksetzer. Ist für mich aber kein gutes Indiz, um hier eine Position einzugehen. Denn statistisch gesehen ist das eben nicht das Typische. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, da manch einer sagt, ist mir egal, ob das statistisch gut ist oder nicht. Ich will einfach einen Gewinn haben. So kann man natürlich denken. So kann man vielleicht auch arbeiten. Aber ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich gucke immer normalerweise, dass ich die Trades so mache, dass es statistisch auf der sinnvolleren Seite ist. In der Hoffnung und Erwartungshaltung, dass er dieses Bild dann auch hinreichend oft dann eben spielt. Er hat es jetzt in diesem Fall nicht getan. Es gibt jetzt eine Sache, die wir dabei beachten müssen. Es gibt nämlich so eine Situation ohne weiteres, dass, wenn wir nicht tief genug gelaufen sind und der Kurs jetzt hier sehr wackelig hochkommt, die Chance, dass die gesamte Bewegung eben noch nicht abgeschlossen ist. Dass die Korrektur quasi das alles ist, was ich jetzt blau gezeichnet habe. Das ist sogar sehr realistisch, sehr typisch, sehr häufig. Typischer Vertreter ist ja das, was wir hier haben, mehr oder weniger. Wir haben aber jetzt eine zumindest mal auffällige Situation. Nämlich wir haben ja nicht jetzt irgendwie wackelig die Bewegung nach oben, sondern im Moment sehr steil. Also dieses Bild, was ich gerade hier gezeichnet habe, so, so und dann nochmal wackelig irgendwie hoch, ist vielleicht nicht völlig unmöglich. Denn auch das kann ja, wenn auch mit Übertreibung, immer noch sowas hier in der Richtung geben und dann runtergehen. Aber dafür ist es schon mal schon sehr deutlich nach oben in dieser ersten. Und wir wissen, das sollte ja eigentlich korrektiv sein. Aber diese Aufwärtsbewegung, die wir da haben, die ist eben alles andere als korrektiv. Das sehen wir im kurzfristigen Chart. Das lässt hoffen oder vermuten, dass tatsächlich, obwohl das statistisch nicht die höchste Wahrscheinlichkeit ist, diese sehr zarte, wenig umfangreiche Korrektur vielleicht doch schon beendet ist und wie jetzt auf dem nächsten Arm nach oben ist. Also wollen wir mal die Daumen drücken für die Bullen. Aber wie gehen wir denn da jetzt mit um, wenn wir nicht schon längst mit drin sind? Dafür können wir in diesem Chart eigentlich keinen sinnvollen Einstieg finden. Aber wir können natürlich wechseln, zum Beispiel auf einen 15-Minuten-Chart oder auf einen kürzeren Chart und dort wiederum auf ein ziemlich ähnliches Szenario setzen. Denn früher oder später gibt es auch hier Rücksätze. Wir sehen, dass das immer wieder im Kleinen, im Großen und so weiter diese Methode kommt. Und wer hier vielleicht im Kleinen solche Sachen dann schon gesehen hat und genutzt hat, okay, wer sagt, ich will oder brauche es eine Nummer größer, der könnte jetzt zum Beispiel in den nächsten vielen Minuten, vielen oder einigen Viertelstunden oder ein, zwei Stunden, wir werden das sehen, mit so einer Bewegung hier mal prüfen, ob wir so eine Bewegung bekommen. Im Moment kommt der Kurs ja schon ein bisschen runter. Wenn die also zum Beispiel dreiwillig, zum Beispiel mehrfach wackelnd ist, dann wäre das eine Geschichte, die ich durchaus sinnvoll finde, um dann eben einzusteigen. Mit dem Hintergedanken, den wir uns hier gemacht haben, dass zumindest mal eigentlich, auch wenn das noch zu früh ist hier, der starke Anstieg vermuten lässt, dass die Chance, dass das hier doch als Korrektur hier zu Ende ist, also den Trendkanal, den ich eigentlich ursprünglich gezeichnet habe, dass das vorbei ist und der Kurs jetzt also nach oben geht. Gute Chancen also im Moment für die Bullen. Es hängt jetzt ein bisschen hiervon ab, ob der Markt das wirklich so ernst meint. Die Chancen dafür stehen aus meiner Sicht ganz gut, dass wir irgendwie sowas bekommen. Das kann natürlich auch so aussehen. Das kennt ihr, es müsste nur halt korrektiv sein. Und dann hätten wir im Kleinen die Bestätigung dessen, was wir im Großen gesehen haben. Und vielleicht reicht das dann auch, um dann tatsächlich diese Zielüberlegung, die wir hier haben, noch mal fortzusetzen. Und jetzt ist eine interessante Frage, denn ich habe die Frage gestellt bekommen und die will ich in diesem Fall auch noch auf jeden Fall beantworten. Aber Moment mal! Ist das denn überhaupt zulässig, was du hier denkst? Denn eigentlich müsste doch das die Erste sein, na, irgendwie treffe ich hier mal die Falschen, so, die Erste sein, das die Zweite und dann die Dritte, damit wir so eine ähnlich starke Bewegung bekommen. Aber dann müsste das ein echtes Tief sein, der Kurs kam aber doch von unten. Wie geht das denn jetzt? Ja, tatsächlich ist das eine angreifbare Idee hier dieser Geschichte. Es besteht ein Restrisiko, dass es immer noch tatsächlich eher in dieser Geschichte unterwegs ist. Und wenn der Kurs jetzt eben nicht wackelig runterkommt, sondern eben korrektiv runterkommt, Entschuldigung, nicht wackelig runterkommt, sondern eben steil runterkommt, jetzt falle ich über meine eigenen Füße hier, dass dann eben die Bewegung sich tatsächlich noch mal in die völlig andere Richtung entscheidet. Und das ist für viele relativ schwierig, wobei ich sagen muss, ich finde, das ist eine der leichtesten Übungen. Ich muss als Händler das unterscheiden mit einer folgenden solchen Bewegung von sowas. Kriege ich das hin? Kann ich diese beiden unterscheiden? Was ist die starke, was ist die schwache Richtung? Guckt euch das hier an. Diese Richtung im Verhältnis zu dieser Richtung beispielsweise. Von mir aus auch noch zu dieser Richtung. Hier gab es ja auch Rücksetzer. Da, von mir aus hier gab es ein bisschen, da gab es so ein bisschen, so zwischendurch mal, aber die sind weitestgehend, zumindest mal, wenn man so ähnlich große ansieht, überlappungsfrei. Der da, der da, der da, die sind alle nicht überlappungsfrei. Das heißt, wir haben hier eine sehr korrektiv anmutende Bewegung. Das hatten wir hier zumindest in der Aufwärtsbewegung nicht. Das hilft zumindest mal bei der Entscheidung. Also, tatsächlich, wer Hardcore-A-Klasse-Trade sucht, und einige wissen, dass ich da immer so eine Quali-Bewertung habe, der ist mit diesem Szenario nicht super glücklich, denn es ist kein echter Start. Das ist allerdings anders hier in diesem Fall gegebenenfalls. Naja, wirklich? Naja, zumindest mal gab es hier einen Rücksetzer. Wir sind jetzt hier ja auch schon drüber hinaus. Aber, solange diese Rücksetzer alle kleiner sind als diese Dimension oder von mir aus auch kleiner sind als diese Dimension, also von der Größe, ist das wohl eher ein untergeordnetes Bild. Das heißt, dann hat tatsächlich hier etwas Neues gestartet. Und das ist auch die Argumentation dieses Rücksetzers, ob wir das von hier schon zeichnen können. Bis jetzt ist dieser Rücksetzer nicht verwechselbar mit diesem Rücksetzer von der Größe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das eine 1, 2, 3, 4, 5 ist, das kann ich ausschließen, weil die einfach viel zu unterschiedlich sind. Wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen und das sollte man nicht wirklich tun. Das legitimiert eine Überlegung, dass hier tatsächlich auch etwas gestartet hat. Und wer jetzt hier Nummern dran schreiben möchte, der hat die Chance, vielleicht dann 1 im Großen, 2 im Großen und jetzt die 3 im Großen zu schreiben. Und innerhalb der 3 vielleicht eine 1 im Großen, eine 2 im Großen und dann nach oben, also sprich eine Ebene tiefer. Und damit wären wir dann wieder bei einer möglichen dritten Bewegung, die wir jetzt hier haben. Um alle Verwirrung jetzt Vorschub zu leisten, ich will das Video nicht noch länger machen, achtet sehr darauf, ob wir in den nächsten Stunden etwas dieser Art bekommen, alternativ geht auch sowas, lasst euch gegebenenfalls triggern auf der Oberseite. Oder ob wir alternativ etwas bekommen, was jetzt so aussieht und dann anschließend so gekontert wird, dann wisst ihr, das ist der Unterschied, der dann aussagt, nein, das Bild mit den hohen Erwartungen hier nach oben ist erstmal obsolet. Es ist doch erstmal die Abwärtsseite, denn auch dieses Bild ist nicht gänzlich vom Tisch. Dafür sind die Wahrscheinlichkeiten durch Nicht-Erreichen dieser Marke, durch die Größenordnung, die wir jetzt hier haben, sprich 1 zu 1 Projektion so in etwa, das ist einfach zu groß, ich kann die eben nochmal schnell anzeichnen, damit man sieht, was ich ungefähr zeigen will, kann man auch von mir aus sogar da anlegen. Da sehen wir, aha, guck mal hier, selbst das wäre noch denkbar, es ist noch eine 1 zu 1, also es ist noch längst nicht vom Tisch, dass der Kurs jetzt sagt, siehste, und danach nochmal nach unten dreht. Ihr seht, es ist spannend, wer sich wünscht, ich will mal eine klare Aussage haben, der hat an den Märkten nichts zu suchen, denn Märkte machen immer Teilaussagen und handeln sich dann von, oder sind die Fundamentalisten wieder im Boot, Aussage zu Aussage. Und genauso sollte man das als Händler machen, auf welcher Zeitebene ihr das dann tut, ob ihr sagt, das ganze kleine Gefuddel interessiert mich nicht, ich gucke das im großen Bild, oder ob ihr sagt, das große, so lange warte ich doch nicht, ich mache das hier im kleinen, das Prinzip ist immer das gleiche. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.